Antigonus I. Monophtamus war ein makedonischer Feldherr und nach dem Tod Alexanders des Großen einer der wichtigsten Diadochen. Als erster der Nachfolger beanspruchte er den Königstitel für das gesamte Alexanderreich und begründete die Dynastie der Antigoniden, des letzten Herrscherhauses von Makedonien. Leben. Antigonus war ein Sohn von Philippus. Aufgewachsen ist er vermutlich im Haus seines Stiefvaters Periandros in Pella. Er hatte mindestens zwei Brüder und einen Halbbruder. Verheiratet war er mit Stratonikiv, die möglicherweise eine Angehörige des makedonischen Königsgeschlechts der Agaden war. Sie hatten zwei Söhne, Demetrius, Poliorkitz und Philippus. Antigonus gehörte unter anderem wie Parmenion, Antipater und Polypa schon der Altersgeneration des makedonischen Königs Philipp II, an dem er als Feldherr und Gefährte diente. Der Umstand, dem er den Verlust eines Auges und damit seines Beinamens verdankt, ist nicht näher überliefert. Allerdings berichtete einige Jahrhunderte später der griechische Philosoph und Biograf Plutarchen seiner Moralia, dass Antigonus keine Respektlosigkeiten noch beleidigende Anspielungen bezogen auf seine Sehbehinderung duldete. So soll in späteren Jahren der Sophist und Makedonen-Gegner Theokritus von Chius in seiner Umgebung gelebt haben, welcher trotz der Herrschaft der makedonischen Diadochen seine scharfe Zungen gegenüber diesem beibehalten habe. Eines Tages lud Antigonus diesen über einen Gesandten zu einem Gastmahl mit anschließendem Gespräch zu sich ein. Theokritus aber schlug die Einladung aus und bezeichnete dabei den Antigonus in beleidigendem Sinn als Kykluppen. Dafür wurde Theokritus in einen Kerker gesperrt und zum Tod verurteilt, dessen Freunde aber setzten sich erfolgreich bei Antigonus für ihn ein. Antigonus erklärte sich bereit die Beleidigung zu vergeben, wenn sich Theokritus dazu bereit zeige, vor seinen Augen um Gnade zu bitten. Der aber erklärte in Anspielung auf das fehlende Auge, dass ein solcher Bußgang unmöglich sei, worauf Antigonus das Todesurteil vollstrecken ließ. Zu Beginn des Asien-Feldzuges Alexanders des Großen kommandierte Antigonus die 7.000 Mann starke Phalanx der griechischen Bundesgruppen. Nach der Schlacht am Granikos 334 v. C.H.R. wurde er mit der Stadthalterschaft über die Provinz Phrygien betraut, wobei ihm in dieser Funktion die weitere Eroberung Kleinasiens oblag. In drei siegreichen Schlachten gegen persische Heere konnte er noch vor dem Jahr 331 v. C.H.R. das westliche Kleinasien unter Kontrolle bringen. Für seinen Einsatz wurde er von Alexander zusätzlich mit den Provinzen Pamphylien, Lykaonien und Lykien ausgestattet. Nur C.H.R. konnte sich unter dem Peser Ariaras gegen ihn behaupten, obwohl Antigonus im Jahr 323 v. C.H.R. selbst nicht am Sterbebett Alexanders gestanden hatte, berief sich später Plutarch in seiner Beschreibung um den vermeintlichen Mord an dem König durch Antipater und Aristoteles auf ihn. Demnach habe Antigonus den Tethergang einst einem Gefolgsmann namens Hagnaimis erzählt, in dessen Aufzeichnungen schließlich Plutarch Einsicht erhalten habe. Allerdings gab Plutarch dazu auch an, dass die meisten der ihm bekannten Historiker die Geschichte vom Alexander-Mord für reine Fiktion hielten. Nach dem Tod Alexanders wurde Antigonus vom Reichsregenten Perdikas in seinen Satrapien bestätigt, trotzdem positionierte er sich gegen ihn. Nachdem Perdikas 321 v. C.H.R. Kapadokien unterworfen und an seinen Gefolgsmann Eumenes von Kadia vergeben hatte, dadurch in seinen Ansprüchen zurückgesetzt kritisierte Antigonus die Heiratspläne des Regenten mit der Alexander-Schwester Cleopatra. Als er darauf von Perdikas in dessen Feldlager zitiert wurde, zog es Antigonus vor, mit seiner Familie nach Europa zu fliehen, um sich mit Antipater zu verbünden. Dies bedeutete den Beginn des Ersten Diadochenkrieges, in dem Antigonus nur eine untergeordnete Rolle spielte. Während Antipater und Kateros den Kampf in Asien führten, war Antigonus als Flottenkommandant im östlichen Mittelmeer aktiv. Der Krieg wurde am Nil mit der Ermordung des Perdikas 320 v. C.H.R. entschieden. Seine Freundschaft zu Antipater begünstigte Antigonus auf der anschließenden Konferenz von Triparadaisons, wo er nicht nur seine Satrapien zurückerstattet, sondern auch die Strategie über Asien verliehen bekam. Mit einer Hälfte des Reichsheeres widmete er sich in den folgenden Jahren der Bekämpfung der restlichen Perdikana. Im Frühjahr 319 v. C.H.R. schlug er Eumenes in der Schlacht von Orkunia und schloss ihn in der Bergfestung Nura ein. Noch während der Belagerung gelang ihm in Pisidien in der Schlacht von Kretopolis ein vollständiger Sieg über Alketas, dem Bruder des Perdikas. Der Selbstmord beging, bevor Antigonus nun den Kampf mit Eumenes beenden konnte, brachte der Tod des Reichsregenten Antipater im Sommer 319 v. C.H.R. ein neues instabiles Verhältnis im Machtgefüge des Alexanderreiches hervor, was ihn zu einem Frieden mit Eumenes nötigte, den er aus Nura abziehen ließ. Durch die Nachfolgeregelung Antipaters zugunsten Polyperchons wurde der Zweite Diadochenkrieg ausgelöst. Da Kassander die Regentschaft für sich beanspruchte, Polyperchon und die Königin Mutter Olympias verbündeten sich mit Eumenes, den sie zum neuen Strategen von Asien ernannten, was wiederum Antigonus veranlasste, sich mit Kassander zu verbünden. Antigonus brachte zunächst Lydien, dann den Helespont unter seine Kontrolle und schlug 317 v. C.H.R. Kleid aus den Weißen vor Byzantion. Anschließend wandte er sich wieder gegen Eumenes, den er nach der unentschiedenen Schlacht von Paraitaken im Herbst 316 v. C.H.R. weiter in den Osten abdrängte. Währenddessen wurde in Makedonien König Philipp III. Ahidae aus der Kassander unterstützt hatte, hingerichtet. Im Winter 316 v. C.H.R. verfolgte Antigonus seinen Gegner bis nach Persis, wo er ihn in der Schlacht von Gabine stellte. Erneut endete der Kampf in einem Part, den Antigonus aber dennoch in einen Sieg wandeln konnte, nachdem es ihm gelungen war, sich des Feldlagers des Gegners zu bemächtigen. Die Veteranen der Silberschilde, die um das Leben ihrer Familien fürchteten, lieferten ihm daher Eumenes aus, der kurz darauf unter ungenauen Umständen getötet wurde. Gleichzeitig fiel in Europa die Entscheidung, nachdem Kassander die in Pythna eingeschlossene Olympias gefangen nehmen und hinrichten konnte. Zudem fielen der Kindkönig Alexander IV., Aigus und dessen Mutter Roxane in seine Hände. Polipaschon zog sich geschlagen auf den Peloponis zurück. Durch den Sieg über Eumenes 316 v. C.H.R. befand sich Antigonus auf dem Höhepunkt seiner Macht. Seit dem Tod Alexanders hatte kein Dier, doch er eine solche herausragende Position erlangt wie er. Er beherrschte vom Helespont bis zum Indus den gesamten asiatischen Teil des Alexanderreiches, das in seiner Integrität durch die vorangegangenen Kämpfe schwer erschüttert wurde. Seine Herrschaft konsolidierte er, indem er die Satrapenordnung neu organisierte und dabei ihm nicht genehme Stadthalter beseitigte. Während die Provinzen westlich des Euphrates, die Kleinasiens und Syriens unter seiner direkten Kontrolle verblieben, belies er die östlich des Flusses gelegenen in der Verwaltung von Satrapen. Die oberen Provinzen Zentralasiens wurden dabei weitgehend in ihrer personellen Besetzung nicht angetastet, obwohl die meisten dieser Stadthalter noch für Eumenes gekämpft hatten. Änderungen nahm Antigonus hingegen in den ianischen Provinzen mit den wichtigen Zentren Egbeitna, Susa, Persepolis und Babylon vor. Noch in Egbeitna ließ er unmittelbar nach Gabine Pai Aon wegen eines Komplotts hinrichten. In Persepolis angekommen, wo er von der örtlichen Bevölkerung als Herr Asiens empfangen wurde, bestätigte er die meisten der oberen Satrapen in ihren Provinzen, enthob aber den unzuverlässigen Peukestas seines Amtes. Danach zog Antigonus nach Susa weiter, wo er einen Peser zu seinem Stadthalter einsetzte, was aber bei dem Stadthalter Babylons Seleukus für Unmut sorgte. Bevor dieser mächtige Unruhefaktor ausgeschaltet werden konnte, flo sie Leukus nach Ägypten, worauf Antigonus auch im Zweistromland seine Herrschaft errichten konnte. Zu seinem militärischen Oberbefehlshaber im Land östlich des Euphrates ernannte er Nikanor. Antigonus' scheinbare Übermacht führte die letzten selbstständigen Diadochen zu einem Zweckbündnis gegen ihn zusammen. Die Initiative ging von Petolemius, dem Herrscher Ägyptens aus, der sich unmittelbar von Antigonus bedroht fühlte. Ihm schlossen sich Kassander in Makedonien, Lysimachus in Trachien und Assandros in Karien an. Dagegen ließ sich Antigonus von einer Versammlung des ihm unterstehenden Reichsheeres zum Reichsverweser gegen Kassander proklamieren, den er zum Reichsfeind erklärte. Er legitimierte sich im Namen des Königs Alexander IV., der sich in der Gefangenschaft Kassanders befände. Im Frühjahr 314 v. CHR, brachte er das von Petolemius gehaltene Syrien unter seine Kontrolle, eroberte Gaza und nahm die Belagerung von Taires auf. Gleichzeitig ließ er in den Werften von Sidon, Tripolis und Byblos eine Flotte bauen, mit der er Petolemius Vorherrschaft auf See brechen konnte. Um Kassander in Europa zu binden, nahm Antigonus mit der Opposition in Griechenland Kontakt auf und proklamierte die Freiheit der griechischen Städte gegenüber der makedonischen Hegemonie. In seinem ehemaligen Gegner Polypashon, der auf dem Peloponnes regierte, fand er dabei einen natürlichen Verbündeten. Er entsandte den Feldherren Aristodemus nach Griechenland, der dort ein Heer aushob und den Peloponnes eroberte. Nach diesem Erfolg schickte Antigonus seinen Neffen Telisporus mit 50 Schiffen als Verstärkung nach Griechenland. Zur selben Zeit ging allerdings Zypern an Petolemius verloren. Im Jahr 313 v. Chr. konnte Tyrus nach einem Jahr und drei Monaten der Belagerung erobert werden, womit Antigonus die Herrschaft über die phönikische Küste gewann. Weitere Erfolge konnte sein zweiter Neffe Petolemius in Kleinasien verbuchen, der dort eine Invasion Kassanders zurückschlug und Bethynien unterwarf. Im Herbst 313 v. Chr. zog Antigonus zunächst nach Ägypten und dort am Sierbonischen See erfolglos mit Petolemius um einen Frieden zu verhandeln. Anschließend zog er nach Kleinasien, wo er Karien unter seine Kontrolle brachte. Am Hellespont traf er mit Kassander zu einem Friedensgespräch zusammen, das ebenfalls ergebnislos beendet wurde. Darauf schickte er den Neffen Petolemius mit 150 Schiffen und 5000 Mann nach Griechenland. Im Frühjahr 312 v. Chr. Er litt Antigonus' Sohn Demetrius in der Schlacht von Gaza eine schwere Niederlage gegen Petolemius. Dadurch ging das kurz zuvor gewonnene Phönikien verloren, ebenso wie Babylon, das wieder von seinem alten Besitzer Seeleukos, eingenommen werden konnte. Im Folgejahr konnte Antigonus aber durch seine überlegene Heeresmacht Petolemius zu einem Rückzug aus Syrien und Phönikien zwingen, das er wieder in Besitz nehmen konnte. Hauptartikel, Diadochenfrieden im Jahr 311 v. Chr. hatten sich die Kräfte der Kriegsparteien erschöpft, ohne dass das zuvor bestehende Machtgefüge entscheidend verändert werden konnte. Lediglich die Einheit des Alexanderreichs wurde weiter geschwächt, indem sich die Gegner gegenseitig als Herrscher in ihren Machtbereichen anerkannten, in denen sie nun faktisch souverän regierten. Antigonus gestand Cassander die Strategie über Makedonien zu, während er die Freiheit der griechischen Städte akzeptieren musste. Dem Prinzip der Reichseinheit wurde lediglich mit der erneuten Anerkennung Alexanders IV. als ihrem rechtmäßigen König Rechnung getragen. Dazu wurde beschlossen, dass dem zwölfjährigen König beim baldigen Erreichen seiner Mündigkeit die volle Regierungsgewalt übertragen werden sollte. In der späteren historischen Forschung wurde dieser Zusatz als eine verdeckte Aufforderung der Vertragspartner an Cassander angesehen, sich dieser Angelegenheit anzunehmen. Wenig später ließ Cassander den König und dessen Mutter ermorden ohne dass darauf eine Reaktion der Diadochen, vor allem von Antigonus als dem Reichsregenten erfolgte. Er selbst hatte 310 v. chr, den unehelichen Alexandersohn Herakles zu dem noch kämpfenden Polypa schon geschickt. Nachdem dieser aber im folgenden Jahr den Kampf aufgab, ließ er Herakles und seine Mutter beseitigen. Im Jahr 308 v. chr, ließ Antigonus dann auch die Alexanderschwester Kleopatra umbringen, um deren Ehe mit Ptolemius zu verhindern. Vom Frieden ausgenommen war Seleukos, den zu bekämpfen nun das vorrangige Ziel von Antigonus war. Aber in dem sogenannten Babylonischen Krieg gelang es ihm nicht Babylon trotz zweier Belagerungen zurückzuerobern. Er musste sogar den Verlust Ekbatanas und Susass an Seleukos hinnehmen. Um das Jahr 309 v. chr, unterlag Antigonus in einer nur unvollständig überlieferten Feldschlacht gegen Seleukos, was ihn zu einem Friedensschluss mit diesen nötigte. Darin erkannte er seine Verluste gegenüber Seleukos an und verzichtete wohl auch auf alle Satrapien des Ostens, wohin sich Seleukos zu einem mehrjährigen Feldzug begab. Etwa zur selben Zeit wechselte Antigonus' Neffe Ptolemius die Seiten, wodurch Griechenland einstweilen verloren ging. Dies versuchte der ägyptische Ptolemius für einen Angriff auf Kilikin zu nutzen, der aber von Demetrius zurückgeschlagen wurde. Um Griechenland wieder zu gewinnen rüstete Antigonus seinen Sohn mit einer bedeutenden Sehmacht aus und entsandte ihn 307 v. chr. Nach Europa, dem dort auf Anhieb die Eroberung von Athen und Megare gelang. Durch eine damit einhergehende Erhebung der griechischen Städte gegen die makedonischen Besatzungen konnte damit Kassander in Europa neutralisiert werden. In Athen wurde Antigonus zusammen mit seinem Sohn in den Stand eines rettenden Gottes erhoben. Nur ein prominentes Beispiel einer kultischen Erhöhung für einen Diadochenherrscher, wie es für den einsetzenden Hellenismus charakteristisch war. Antigonus selbst soll von seiner Göttlichkeit wenig gehalten haben. Als man ihn eines Tages als Sohn der Sonne gepriesen hatte, soll er gemeint haben, dass der Sklave, der seinen Nachttopf entleere, dies etwas anders sehe. Weiterhin soll er bezogen auf seine Kriegsverwundungen erkannt haben, dass griechische Götter zwar bluten, aber offenbar über keine Verdauung verfügen würden. Im darauf folgenden Jahr erlangte Demetrius in der Doppelschlacht von Salamis einen vollständigen Sieg über die pitholemäische Flotte, wodurch sich Antigonus zur Annahme des Königstitels legitimiert fühlte. Er erhob durch sein so gewonnenes Königtum einen Anspruch auf die alleinige Nachfolge Alexanders des Großen, in das von diesem eroberten und ungeteilten Reich. Ein Fragment eines anonymen Historikers stellt den Sachverhalt folgendermaßen dar. Zusammen mit seinem mitgekrönten Sohn entschloss er sich 305 v. CHR, zur militärischen Durchsetzung dieses Anspruches in einem gleichzeitigen Angriff von Land und von See auf Ägypten gegen Pitholemius. Aber trotz größter Anstrengungen scheiterte er bei der Überquerung des Nils an der erbitterten Verteidigung des Pitholemius. Nachdem sein Herr von Krankheit und Hunger zunehmend geschwächt war entschied sich Antigonus zu einem Rückzug nach Syrien. Er wollte einem ähnlichen Schicksal wie dem des Perdikas entgehen. Durch diese Niederlage wurden Pitholemius, Cassander, Lysimachus und Seeleukos ebenfalls zur Annahme des Königs Diadems ermutigt, die damit Antigonus' Anspruch auf die ungeteilte Herrschaft bestritten und gleichzeitig auch die weitere Einheit des Alexanderreichs in Frage stellten. Hauptartikel Das Scheitern am Nil und Demetrius anschließender Misserfolg bei der Belagerung von Rhodos 304 v. CHR konnte Antigonus in den folgenden drei Jahren nur durch die Erfolge seines Sohnes in Griechenland ausgleichen. Von dort aus plante Demetrius einen entscheidenden Angriff auf Makedonien, was Cassander zu einem erneuten Bündnis mit Lysimachus und Pitholemius zusammenführte. Lysimachus marschierte 302 v. CHR nach Kleinasien und nahm dort mehrere Städte ein. Antigonus zog ihm über die Berge des Taurus entgegen, konnte ihn aber nicht zur Schlacht stellen. Dies nutzte Pitholemius seinerseits zu einer Offensive nach Phönikien, die er allerdings ohne erkennbaren Grund wieder abbrach und sich nach Ägypten zurückzog. Vermutlich hatte ihn die Falschmeldung von einer Niederlage Lysimachus gegen Antigonus dazu veranlasst. Etwa zur gleichen Zeit kehrte Seeleukosa aus dem Osten zurück und verbündete sich umgehend mit Lysimachus. Antigonus rief er darauf seinen Sohn aus, Griechenland zurück um sich mit ihm zu einer entscheidenden Schlacht zu vereinen. Die verfeindeten Heere trafen im Sommer 301 v. CHR beim zentral-anatolischen Ipsos aufeinander. Antigonus bot etwa 70.000 Infanteristen, 10.000 Kavalleristen, 120 Sichelwagen und 75 Elefanten auf, während der Gegner etwa 64.000 Infanteristen, 10.500 Kavalleristen und über 400 Elefanten, die Seeleukosa aus Indien mitgebracht hatte, aufstellen konnte. Am Morgen des Kampfes stolperte der über 80-jährige Antigonus angeblich. Als er sein Zelt verließ auf Knien soll er die Götter um einen Sieg oder den Tod ohne das Wissen um die Niederlage gebeten haben. Die Schlacht wurde von Demetrius über Reifer entschieden, der sich mit der Kavallerie vom Schlachtfeldweg locken ließ, was Seeleukos zu einer Umfassung von Antigonus Phalanx mit seinen Elefanten nutzte. Noch während des Kampfes liefen seine Söldner zum Feind über. Dennoch soll Antigonus weiterhin an einen Sieg geglaubt haben, in dem Demetrius eine Rückkehr auf das Schlachtfeld gelänge. Bevor es dazu kam, wurde er von mehreren Pfeiltreffern getötet. Antigonus wurde von den Siegern mit allen königlichen Ehren bestattet. Sein asiatischer Herrschaftsraum wurde unter ihnen aufgeteilt. Der größte Teil mit Syrien und Zentral-Anatolin fiel an Seeleukos, die Westküste Kleinasiens, an Lysimachus, Kielikin, an Pleistachos, den Bruder Kassanders. Damit fand auch der Gedanke der Einheit des Alexanderreiches sein endgültiges Ende. In den folgenden Jahren versuchte sein Sohn Demetrius noch vergeblich das makedonische Kernland unter seine Kontrolle zu bringen. Aber erst sein Enkel Antigonus II, Gonatas, konnte sich und seinen Nachfolgern den makedonischen Thron sichern. Künstlerische Rezeption Sowohl Plinius als auch Strabo berichteten, dass in dem Asklepiaen von Kos ein von dem Künstler Appelles geschaffenes Porträt des auf einem Pferd reitenden einneugigen Antigonus zu sehen war. Er wurde dabei im Dreiviertelprofil dargestellt, um die künstlerische Dokumentation seines fehlenden Auges zu umgehen. Ein weiteres Porträt des Antigonus wurde von Protogenes angefertigt. Beide Werke sind jedoch nicht mehr erhalten. Fußnoten Plutarch Moralia 11bc 633c Plutarch Alexander 77 J. Schabono Antigon Leborgen i Demetrius Polior Shetisont ILS Figas S.U.R.L.S. Arkophage d'Alexandre In R.E.V. Desarzt II 1952 Polio Aines Strategie K.V.T. 9,1 Plutarch Moralia 180 E.182c V.E. 341 B. Seneca 59,12 Ateneus 251 A. Historikerfragment zum Jahr der Könige Köln V.E. 247 ist gleich F.G. Er ist 523 übersetzt von Dr. Gregor Weber, siehe dazu G.A. Lehmann, das neue Kölner Historikerfragment und die Chiro Omikron Nyota Y. Nydau Alpha Xiota des Zenon von Rodos N. Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik B.D. 72,1 zu 17 Plinius Naturalis Historia 35,90 Strabo Geographica 14 Normdaten G.N.D. 118.503.359 L.C.C.N. N. 88060708 V.E.A.F.